Also ich habe dann Videos gemacht, so Daily Vlogs. Da war ich eben einer der ersten 100, 200.000 Follower, weil sie eben anfänglich Project 50 gemacht haben. Viel von meinen Learnings kommen so vom Sport. Viele haben ja 9-to-5-Jobs, die haben einen Arbeitsalltag, die kommen aus dem nicht raus. Vielleicht sind die auch unglücklich und das ist auch so ein bisschen der springende Punkt, dass man den Leuten hilft, so ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen, wo sie eigentlich hingehen wollen. Quantität kommt vor Qualität, wenn du auf Social Media erfolgreich werden möchtest. Wenn du mich jetzt fragst, wie mein Unternehmeralltag so ausschaut. An einem Tag bin ich E-Mail-Marketing, dann bin ich Customer Service, dann mache ich Logistik, dann Designer, dann Steuern. Bist du öfters in München? Ja, schon. Also wie gesagt, entweder erwähnt oder ich bin auch bekannt, denn dann war ich letztes Jahr mal da wegen einem Sportwettkampf. Sportwettkampf? High Rocks heißt das. Das war da eine Messe, ich glaube, um die Ecke gleich, Messe München. Sonst, ja. Was ist High Rocks? Was macht man da? So eine Crossfit-Ausdauer-Challenge. Ich bin ziemlich am Wachsen. Okay. Hauptsponsor Puma. Jetzt steigt Red Bull ein und so. Also ich glaube, bald ist es so ein bisschen in aller Munde. Also vielleicht in den nächsten paar Wochen mal in deinem Feed aufpoppen. Ja, es gab so ein brutaler Trend, dieser Hybrid-Sport, dass man sagt, okay, es war so dieser Lauftrend nach Covid. Jetzt kommt diese Schiene so, ja, ich muss jetzt laufen und Gewichte heben und also ich selber schon, ich liebe diesen Mix. Ich mache viele verschiedene Sachen und jetzt ist gerade richtig diese Trendwelle, wo es halt jeder macht, so bis zu dem Grad, wo es halt dann jeder fast in der Biografie stehen hat. Da wird es dann ein bisschen nervig, wenn jeder Athlet steht in jeder zweiten Bio. Ja, das hast du schon gesehen. Aber ja, ich finde es trotzdem positiv. Also Ende des Tages, Sporttrend immer. Viele Bodybuilder entwickeln sich gefühlt auch in diese Richtung. Es gibt ein paar Vorreiter, sag ich mal so, in Amerika. Alex Kukler ist zum Beispiel ein Deutscher. Ja genau, mit dem bin ich sogar connected, ja genau. Ah cool, der ist so ein Britathlet. So wie fit, ja. Sehr, sehr gute Form, ist immer am Start, ja. Ja, der ist cool im Content. Ist auch cool. Schon mal ein bisschen mit dem gequatscht, aber noch nie persönlich kennengelernt. Okay. Aber er trägt ein paar Hoodies von mir. Ach nice, das ist ja lässig. Das schon, ja. Von SOM Studios. Genau. Sehr schön. Ja, okay, und bei diesem Event, wie bist du abgeschnitten? Wie lief es? Tatsächlich sogar für die WM qualifiziert. Also es war jetzt nicht nur so, ja, ich sage das immer so, ein bisschen zum Spaß, aber es gibt halt einen Einzelwettkampf und einen Doppelwettkampf mit einem coolen Freund von mir. Und dann haben wir uns tatsächlich für die WM qualifiziert. Die haben wir dann leider nicht wahrnehmen können. Ui, okay. Aber im Prinzip hätten wir uns sehr qualifiziert und wären am Start gewesen. Gibt es natürlich jetzt nur Preisgelder, wenn man wirklich dann ganz oben ist. Das ist die Weltelite, das sind wir jetzt nicht. Aber für das, dass wir das jetzt nicht full on professionell jeden Tag machen, glaube ich, können wir damit zufrieden sein. Wie groß ist die Bubble? Also wie viele Teilnehmer gibt es da? Ich habe das erste Mal High Rocks gemacht, das war 2019. Da hat es begonnen. Da waren ein paar hundert Teilnehmer. Mittlerweile veranstalten die das ja eben, ich glaube eben mit Puma weltweit in größten Städten der Welt. Von Miami bis New York bis, also da musst du mal wirklich reinschauen online. Das ist wirklich schon huge. Und ich glaube, das größte Event war irgendwo in London oder Birmingham mit 10.000 Besuchern. Okay, krass. Also schon? Ja, jetzt wird es schon ziemlich seriös, kann man sagen. Aber solche Sachen dauern immer, bis ich die wirklich krass entwickle. Vor allem reden davon, es ist nicht ein neuer Sportart, aber irgendwie schon so ein neuer Sporttrend. Weil Laufen gibt es ja immer schon. Die Übungen gibt es immer schon. Es sind halt immer die gleichen Übungen, aber... Aber wie kann ich mir das konkret vorstellen? Das heißt, welche Disziplinen gibt es da oder ist das ganz klar vorgegeben oder wie läuft das? Es ist immer gleich, ja. Und deswegen kannst du es halt universell messen. Deswegen gibt es Weltrekorde. Also es ist quasi homologiert, wie man sagt. Es ist nicht immer anders. Deswegen kann man sich weltweit messen. Und deswegen entsteht ein bisschen dieser Competition-Vibe, weil du immer eine Übung machst und dann läufst du einen Kilometer. Okay. Da ist der Puls dann ganz oben, da kommt wieder eine Übung und dann wieder ein Kilometer und das achtmal, also acht Übungen. Da werde ich jetzt nicht ins Detail reingehen, weil das... Ich habe jetzt nicht Hyrux erfunden, aber im Prinzip acht Kilometer laufen, acht Übungen und das dauert dann circa eine Stunde, wenn du schnell bist. Und viele brauchen zwei Stunden. Also, ja. Was ist für dich da der Reiz? Ich bin einfach ein Sport-Freak. Das kann man ganz klar so sagen. Ich bin so aufgewachsen. Eltern halt immer... Ja, es war immer an vollster Stelle Sport. Sportfamilie. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube, du viel Sport gemacht hast in der Kindheit, aber ich war immer im Garten. Viel dadurch gelernt auch. Wenn wir dann quatschen, viel von meinen Learnings kommen so vom Sport. Also auch mein Mindset und meine Disziplin und eigentlich alles, was man im Geschäftsleben, was ich so anwende, das kommt irgendwo aus meiner Sport. Dinge, die man da übertragen kann. Super wertvoll, ja. Genau, aus meiner Sport-DNA. Und der Reiz ist einfach dieses... Ich will mich challengen. Ich will einerseits fit sein, das sowieso. Also ein bisschen noch... Es gibt ja diesen Longevity-Faktor auch, dass man einfach lang gesund sein will. Gleichzeitig will ich aber auch hier und jetzt einfach fit sein. Und Sport ist für mich einfach teilweise auch mein Ding, wo ich abschalten kann. Und deswegen mache ich auch gern Sport alleine. Manchmal auch gern mit Freunden. Also ein bisschen so mit meinen Kumpels, dass ich Social-Zeit mit denen verbringe. Also jetzt geht es nicht mit denen Stammtisch in der Bar oder so. Das mache ich nicht. Verstehe. Sondern man trifft sich zum Sport machen. Oder trainieren, ja. Okay, also ins Gym oder Joggen oder keine Ahnung. Und manchmal, wenn ich einen stössigen Tag... Also das heißt manchmal, eigentlich jeden Tag, wenn ich viel zu tun habe. Mein Tag beginnt mit Sport oder hört mit Sport auf. Finde ich gut. Heute schon ein Workout gemacht? Also wäre jetzt komisch, bin ich zwar weg. Tatsächlich schon, ja. Sehr schön. Na, ich wusste, ich bin heute zehn Stunden im Auto. Deswegen first thing in the morning, ich muss mal laufen, ja. Okay, sehr cool. Ja, ich habe heute Morgen auch schon ein Hit-Workout gemacht. Bei mir ist aktuell, ich starte jeden Morgen mit einem nur fünf Minuten Hit-Workout. Einfach, um geil in den Tag zu starten. Fünf Minuten. Einfach fünf Minuten durchballern. Dann bin ich im Start. Und das ist Teil meiner Morgenroutine aktuell. Und klar, dann... Also bei mir ist Sport auch ein Riesenthema. Auch viele in meiner Jugend, in meiner Kindheit. Sport gemacht war immer ein Thema bei mir. Kommen auch aus einer sehr sportlichen Familie. Also deswegen, das verbindet uns. Ich dachte mir schon irgendwie... Ich weiß nicht, wieso, aber das dachte ich mir. Ja, definitiv. Also das habe ich auch immer begleitet. Und... Also sämtliche Sportarten. Es gibt super viele spannende Sportarten. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich suche mir auch regelmäßig neue Sportarten. Neue Challenges. Ich habe vor zwei Jahren jetzt Tennis angefangen. Das war zum Beispiel nie eine Sportart, die mich in der Jugend oder Kindheit irgendwie begeistert hat. Und seit... Also nicht mal zwei Jahren bin ich jetzt im Start. Und es geht einiges voran. Man entwickelt sich weiter. Und ich treffe mich oft mit Freunden aktuell zum Tennisspielen. Macht richtig Laune. Ich glaube, da können wir viel quatschen, weil mir ist das auch so ein Ding... Also ich habe auch professionell Sport gemacht. Okay. Das war einerseits Wasserski, so ein kompletter Randsportart. Das ist halt Familiensport gewesen. Ja, ich habe kein Geld in dem Sport, aber es ist halt ein Mix aus Ausdauer, Gleichgewicht und Kraft und Handball, da habe ich mich halt eben verletzt mit vor ein paar Jahren. Und ja... Also ganz kurz, Wasserski war dann schon professionelle Ski. Ja, schon bis zur Europameisterschaft auf dem Level. Also schon Vollgas und Handball auch bis Jugend irgendwo mal, Nationalmannschaft. Oh krass, aber schon ordentlich. Genau, gewonnen, aber ja, dann halt bis 20, da habe ich mir das Goalsband gerissen. Dann hatte ich 2019 eh so mein schlimmstes Jahr eigentlich, was ich so in Erinnerung habe. Danach ging es dann eh eigentlich komplett bergauf mit Karriere. Da kann man dann eh quatschen. Aber ja, seitdem... Ganz kurz, wie alt bist du jetzt? 25. 25, okay. Ja. Das ist so das Alter, wo man immer sagen kann, nicht mehr so jung, aber gute Mitte, es passt schon. Bist du auf jeden Fall am Start, ja. Ja, es passt schon, aber in den letzten drei Jahren hat sich riesig viel... Da geht es mir alterstechnisch schon wesentlich schlechter. Oder du schaust sehr jung aus. Das kann man dir gleich... Gebt mir Mühe. Kann man sagen. Naja, aber ich bin schon die letzten Jahre massiv grau geworden. Das sieht mir auch. Ja, wirklich, das sieht mir jetzt vielleicht nicht. Weil hier die Beleuchtung, die Beleuchtung so top ist. Das Color Grading an dir, die Schi, das das Color Grading. Ja, aber ohne Witz, in letzter Zeit sprechen mich lauter Leute darauf, boah, bis du grau war. Das ist echt verrückt. Voll fies. Das ist echt fies. Aber ich habe mein tragisches Ereignis dieses Jahr gehabt, ein 30er, also von daher. Oh, gratuliere im Nachhinein. Ja, danke dir. Also, es ist mir okay, grau zu sein. Ja, das passt. Ja, gut. Wo waren wir? Sport. Genau, Sport. Das heißt, Wasserski, Handball, also dich immer begleitet. Von Wasserski ist echt geil. Ich habe... Es ist zwei Jahre her, da war ich... Oder drei Jahre schon wieder her. Da war ich in der Schweiz, haben wir Freunde besucht und... Kennst Wasserski? Das ist meistens so die erste... Also, für mich so... Kennst du Wasserski? Doch, doch, klar. Die Freundin von meiner Familie, die fährt richtig... richtig gut Wasserski, die haben da ein Anwesen am Vierwaldstättersee. Oh, okay. In der Schweiz und die fahren wirklich viel Wasserski und Wakeboard und Wakeskating. Kennst du das? Ja, kenne ich auch. Ist sehr gefährlich. Aber richtig geil. Weil da kannst du ziemlich gut durch Schien beenden. Du bist ja nicht quasi angeschnallt. Genau, du hast ja keine Bindung, sondern du bist so ohne. Wie beim Skateboard, ja. Und das ist ja ziemlich geil, weil ich bin in meiner Jugend sehr, sehr viel Skateboard gefahren und deswegen Wakeskaten. Und das war so mein... Ich habe den ganzen Tag fast nur Wakeskating gemacht und das war echt cool. Das ist ziemlich cool. Du kannst halt auch so Flips machen, das kannst du beim Wakeboarden nicht, wegen der Bindung. Dann kannst du halt einmal so ein Kickflick... Ja, stimmt, Wakeskate wird eher... Kickflick und Shovelts und so. Das ist eigentlich echt geil. Ja, dann musst du mal nach Österreich kommen, weil da sind wir auch mit der Familie gut vertreten. Kommst du mal zum Wasserskifahren. Wasserski habe ich nur nie ausprobiert, aber eben Wakeboarding und Wakeskating. Was ja auch ganz cool ist, ist Wakesurfen. Also hinter der machst du quasi auf der einen Seite beim Boot eine größere Welle. Du hast ein Surfbett wie beim Surfen. Super geil. Und du kannst dann ohne Seil, eben weil die Welle trägt, weil sie so groß ist, hinterm Boot herfahren. Und das macht halt wie so eine stehende Welle. Ja, voll geil. Sehr cool. Wasserski, das ist so der... Ja, jetzt mache ich es nur noch, weil es mir Spaß macht. Eben Wettkampf bis 20. Mein Bruder ist noch aktiv. Der ist Profi-Wasserskifahrer, kann man so sagen. Mein Kurs hat es auch gemacht, meine ganze Familie. Und ja, jetzt halt zum Spaß im Sommer. Okay, aber das waren deine Sportarten. Wasserski, Handball. Das waren so meine Sportarten, die ich wettkampftechnisch gemacht habe. Und genau, was ich eigentlich sagen wollte, dass es dann eben seit meiner Verletzung, nachdem ich wieder fit war, da wollte ich einfach für mich, weil halt immer dieser Sport in der DNA war. Ich wusste, ich werde jetzt keinen Profisportler in einer bestimmten Sportart. Ich will einfach alles machen, ausprobieren können bis zu einem gewissen Grad. Ja, ich will jetzt nicht der Beste sein, weil das ist jetzt einfach, ich will nicht nur eine Sache machen, sondern viele verschiedene Sachen. Und wie du gesagt hast, du lernst gerade viele Sachen. Das ist auch so meine tagtägliche Mission. Einerseits will ich fit bleiben. Ich gehe ins Fitnesscenter, ich gehe laufen. Ich habe begonnen, Rennrad zu fahren. Rennrad geholt. Jetzt bin ich gerade... Einer meiner besten Freunde ist ja gerade total im Rennrad-Fieber. Das ist auch eine Blase, also nicht positiv, eine Bubble, ja. Genau, Rennrad, jetzt bin ich gerade am Golfen. Ich will einfach gut golfen können. Klettern war ich mit einem Kumpel letztens. Skifahren. Hast du deine Platzreife schon gemacht beim Golfen? Noch nicht. Noch nicht, okay. Aber es wird wirklich schon... Ich glaube, ich kann es sich schon längst machen. Also jetzt unter uns, aber ja, will es einfach mal gut können. Und dann kann ich mit den Jungs mitspielen. Cool. Und Skifahren halt als Österreicher. Das Lernst aber schon mit fünf gefühlt in Österreich. Also du fährst schon immer Ski? Ski war ich tatsächlich auch in der Mannschaft. Aber das, ja, solange du nicht in Tirol wohnst, in den Alpen, brauchst du das nicht professionell machen. Und ich bin ja in Wien aufgewachsen. Wunderschöne Stadt. Eigentlich in Kärnten geboren. Das würde jetzt wahrscheinlich eher kein Zuhörer checken, weil ich jetzt keinen groben Dialekt habe. Also bei mir ist das so ein bisschen ein Mix, weil ich dann in Wien aufgewachsen bin. Und jetzt ziehe ich in die Steilmark, also näher Graz. Sehr schön. Also quer durch Österreich. Sehr schön. Aber man hört schon, dass es ein Dialekt ist. Ein bisschen vielleicht. Hört man bei mir auch, ja. Also wir könnten uns jetzt beide wahrscheinlich unserem Dialekt hingeben und dann versteht uns hier 80 Prozent nicht mehr. Aber ich habe jetzt keinen... Warum untertitelt? Keinen dürfen Dialekt quasi. Nein, sowieso nicht. Okay, cool. Also einige Sportarten ausprobiert. Also das verbindet uns auf jeden Fall. Ich finde es total spannend, auch immer wieder neue Sportarten auszuprobieren. Auch Skifahren ist ein Riesenthema in meiner ganzen Familie. Mein Onkel war Weltmeister im Skiballett. Das war früher. Ja, das kennt man heute nicht mehr. Da gingen jetzt einige Videos immer wieder viral. Ich glaube, ich habe da mal was... Ja, 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 genau. Auf Instagram sind so ein paar Videos jetzt wieder viral gegangen von früher. Getanzt auf Ski, oder wie? Genau. Du machst jetzt so Flips, so Backflips und Schrauben auf Skiern. Also das ist völlig irre. Heißt das nicht irgendwie so Aerial? Ich glaube, da gibt es schon wie so... Skiballett war früher so die Bezeichnung und da war mein Onkel wirklich sehr, sehr gut und hat sich Olympia-Titel geholt. Das war damals noch eine Olympia-Disziplin, heute logischerweise nicht mehr, schon lange nicht mehr und Weltmeister geworden, aber ist ja heute nicht mehr populär oder nicht mehr relevant. Aber eine echt coole Sportart. Und sehr ästhetisch. Und deswegen bei uns eben in der Familie auch Skifahren immer ein Thema gewesen. Wort DNA. Genau, ist so ein bisschen in der DNA. Also jeder aus meiner Familie fährt Ski und macht echt Spaß. Und ja, das ist halt einfach spannend, sich immer wieder zu challengen. Was bei mir immer so eine Schwäche war wiederum, ist Ausdauersport. Also das war bei mir immer eher so eine Schwäche. Sein Hund, ja. Also klar, ich habe in meiner Jugend viel Fußball gespielt. Also klar, irgendwo bist du fit. Da hast du schon so eine Aerobe-Basis, sag ich jetzt mal, als Fußballspieler. Da bist du eigentlich ganz gut aufgestellt. Genau, aber du bist halt nie, also ich war jetzt nie jemand, der proaktiv viel gejoggt ist oder so, sondern das war eher so, würde ich sagen, meine Schwäche. Und das Spannende ist, aktuell challenge ich mich, was sowas betrifft oder was Joggen betrifft, sehr, sehr stark oder sehr, sehr intensiv. Da wurde ich inspiriert von David Goggins. Kennst du den? Ja, klar. So ein geiler Typ, unfassbar. Ich habe jetzt seine Biografie gelesen oder das Hörbuch habe ich mir angehört. Und seitdem bin ich so gehypt. Ich habe so Bock, mich zu challengen. Der motiviert einen schon fast zu viel manchmal so. Also wenn es dann über Schmerzen hinausgeht. Kennst du die Geschichte, wo er an Ultramarathon gelaufen ist? Ja, das ist ein geisteskrank. Einfach untrainiert, 160 Kilometer Ultramarathon. Der ist krank. Das ist wirklich ein krasses Mindset. Den kannst du auch nicht duplizieren, das ist einer für sich. Das ist heavy. Das ist heavy. Ja, Inspiration für viele Leute. Also kann man schon so sagen. Aber Thema Ausdauersport war für mich auch immer so. Und jetzt nicht an vorderster Stelle, weil ich habe nie verstanden, was gibt mir das so? Wo ist der Kick? Das ist jetzt einfach nur Laufen. Es wird irgendwann langweilig. Bis ich dann verstanden habe, das ist einerseits eben ein Faktor für Longevity, dass man einfach lang gesund ist. Dass es einem auch viel bringt in den Sportarten, wenn du dann Fußball spielst. Oder wenn du einfach, die anderen liegen schon am Boden. Und du kannst immer noch, das ist einfach ein gutes Gefühl, wenn du einfach fit bist. Und dann das Laufen, begonnen vor ein paar Jahren, hat dann ein bisschen gedauert. Aber dann, wenn du ein bisschen fitter wirst, macht das sogar mehr Spaß. Für mich ist so der spannendste Punkt beim Laufen die mentale Stärke. Wenn du nach einer gewissen Distanz halt einfach dein Kopf sagst, hey, was machst du da eigentlich? Dir tut alles weh, mach mal Pause. Und du überwindest es immer wieder und immer wieder. Diese mentale Stärke, die daraus resultiert, aus dieser Laufen. Entschuldigung, gehst du auch manchmal, ich gehe so manchmal mit Musik laufen, manchmal gehe ich auch ohne Musik laufen. Na gut, ich wohne jetzt am Land. Das ist so eigentlich auch noch so ein bisschen ein Faktor, wieso es mir mehr Spaß macht, weil ich gehe raus, ist da nicht so stressig, bin ich in der Stadt. Ich gehe laufen und laufe im Wald. Das ist schon nochmal so ein extra Point, dem ich jetzt dem Laufen zuschreibe, weil das halt einfach noch mehr Bock macht. Ich höre die Vögel zwitschern und da läuft vielleicht ein Wild und das ist einfach pure Enjoyment. Ja, ja, nein, das ist wirklich mega und deswegen manchmal ohne Kopfhörer und ja, wie du gesagt hast, wenn man sich da mental challengen will, das macht eben auch irgendwo, ja, mir zumindest auch Spaß. Ja, man kann es zum einen kombinieren und vielleicht einen Podcast oder ein Hörbuch hören, finde ich auch ganz spannend, aber manchmal noch wirklich allein mit der Natur und für sich sein ist ja auch wertvoll. Genau. Auf die besten Gedanken. Außer du willst mal nichts denken und du willst einfach nur laufen und dann, und ja, Thema Gedanken. Das ist mir auch so ein... Erzähl ruhig weiter, du musst bloß mein Sakko ausziehen. Alles gut, alles gut. Erzähl ruhig weiter, ich höre dir zu. Ist ja echt warm. Thema Gedanken, ja, Sport, jetzt haben wir schon so viel über Sport geredet, aber eben Ausdauersport, Laufen, Fahrrad fahren, da hat man ja prinzipiell viel Zeit und teilweise, weil ich das eben jeden Tag mache, da kommen mir teilweise die besten Gedanken. Also jetzt bin ich zu Hause am Schreibtisch oder bin Koch und es ist halt immer irgendwas, aber wenn ich dann eine Stunde alleine laufen gehe, da kann man, was mir da teilweise durch den Kopf schießt, also meistens die besten Gedanken, deswegen sehe ich das gar nicht so, als es gibt manchmal diese Diskussion über, wieso soll ich jeden Tag Sport machen, ich könnte ja weiterarbeiten, also in dieser Productivity-Bubble, wenn man jetzt sagt, ich muss hustlen, ich muss arbeiten, ich muss immer mehr machen, du kannst mit mir ewig diskutieren, ich werde dir sagen, so eine Stunde Sport am Tag, die muss drin sein, weil das geht sich immer aus, einerseits tut es ja gut, long term, also langfristig, dass du einfach gesund bist, dass du dich wohlfühlst, dass du fit bist und dadurch profitierst du ja wieder in deinem allgemeinen Leben oder wie auch immer. Ich glaube, jeder sollte sich mal überlegen, was hat Vorteile für mich in meinem Leben oder was bringt mir Vorteile, weil es gibt ja so Stimmen, die sagen, dafür habe ich keine Zeit und Zeit nimmt man sich für die wichtigen Dinge oder sollte man sich für die wichtigen Dinge nehmen und Sport ist definitiv so ein Punkt, das bringt dir Energie, das liefert dir Energie, also selbst nach einem harten Tag sich nochmal zu challengen oder einfach mal ohne Musik laufen zu gehen, für sich zu sein, Dinge zu verarbeiten in der Stille, in der Natur, das sind einfach Dinge, die einen weiterbringen und nicht irgendwie, die bringen dir am Ende des Tages sogar Zeit. Genau, das wollte ich ansprechen damit, dass es eben nicht heißt, ja, das ist jetzt verschwendete Zeit, weil ich gehe eine Stunde laufen, aber ich hätte jetzt eine Stunde lang meine Mails beantworten können und ich wäre jetzt da weiter. Okay, also ja, wie gesagt, können wir uns überschreiten, aber ich bin dabei dir. Ich bin absolut bei dir. Ja, jemand, der es nicht gerne macht, muss jetzt nicht vier Stunden am Tag sein, aber eine Stunde ist immer drin und wenn, dann ist es halt Spazieren oder Yoga oder mach halt Stretching oder mach irgendwas, wo du dich bewegst, weil, also ich fühle mich halt dann gut, das ist jetzt einfach, weil ich glaube ich so ein bisschen addicted bin, wenn ich an einem Tag keinen Sport mache, ich fühle mich dann, oder wenn ich nur am Schreibtisch sitze, ich fühle mich da einfach dann ein bisschen so eklig, ich fühle mich einfach nicht wohl. Ich muss dann was machen. Ja, das kenne ich, das Gefühl, das kenne ich sehr, sehr gut, das Gefühl. Nico, was hat es mit dem Project 50 Days auf sich, weil ich glaube, das ist jetzt eine gute Brücke, die wir schlagen können zu dem, was du machst. Erzähl mal. Ja, im Prinzip gibt es ein bisschen eine längere Definition, man kann es aber auch ein bisschen kürzer zusammenfassen, also kurz und knackig eine Social Media Challenge, wo man 50 Tage lang gewisse Regeln, insgesamt sind sieben Regeln, befolgt und wieso macht man das? Am Ende des Tages soll es dir einfach in deinem eben Privatleben, sportlichen Leben, Geschäftsleben, es soll dir einfach eine Struktur geben und dir helfen, wenn du was cooles machen willst. Was sind das für Regeln? Muss ich mal nachdenken, weil es sind sieben Regeln. Das erste ist vor 8 Uhr aufstehen. Ja, detaillierter, für viele ist es recht easy, sage ich mal so. Viele sagen so, ja, ich stehe immer um 4 Uhr auf im Frühstück, okay, dann ist es leicht für dich. Das ist jetzt eher so 5-4-M-Club, wie sie vor 5 Uhr aufstehen. Das Ziel war, diese Challenge, da muss ich eh ein bisschen mehr ausholen, das Ziel war nicht jetzt eine brutale Challenge dahin zu blättern, die dann unmöglich ist für jeden, sondern es soll wirklich für die breite Masse für jeden, in jeder Lage, in jedem, es gibt ja Menschen, die haben ganz verschiedene Berufe, manche müssen 90-Stunden-Wochen schieben oder manche eben weniger, manche sind selbstständig, da ist es vielleicht leichter. Aber es soll prinzipiell machbar sein für jeden, also es ist jetzt keine Hardcore-Challenge, wo man dann 4 Stunden am Tag Sport macht und dann, wenn du es schaffst, dann was auch immer. Ja, also im Prinzip 7 Regeln, das erste vor 8 Uhr aufstehen, dabei ist wichtig, dass man schon mehr als, so ein bisschen in Klammer, als 6 Stunden schläft, weil ich hatte auch eine Phase, wo man, ja, wo ich extrem wenig geschlafen hatte, weil ich, wie vorhin angesprochen, Productivity, dieser Drang, dass ich weniger schlafen muss, damit ich mehr arbeiten kann, weiter Schwachsinn, mittlerweile weiß ich, dass Schlaf eins der wichtigsten Sachen ist, auch sportlich gesehen und mental, um zu, quasi, um sich zu erholen. Deswegen vor 8 Uhr aufstehen plus 6 Stunden schlafen. Dann hast du eine Stunde, wo du dich wirklich mal nicht um irgendwelche Mails kümmerst oder aufs Handy schaust oder TikTok scrollst, sondern… Also wir sind jetzt bei der nächsten Regel, oder? Zweite Regel, genau. Die zweite Regel, okay. Eine Stunde Morning-Routine. Ja, online ist halt, wir haben das alles ein bisschen verenglischt, deswegen, weil es jetzt ja international ist, aber im Prinzip eine Stunde Morgenroutine. Kein Handy, ja, einfach, wie es jeder Mensch macht, aber du sollst eine Stunde fokussiert dich nicht ablenken, sondern duschen, frühstücken, sodass du dann ready bist für den Tag. Also du startest, es gibt ja so diese Idee, mit einer Aktion statt einer Reaktion in den Tag zu starten, weil es ist klar, wenn du natürlich morgens ins Handy guckst und du hast eine schlechte Nachricht… Das ist es. Oder Social Media beeinflusst dich mit irgendeinem Trigger oder keine Ahnung, dann reagierst du ja wieder, deine Emotionen sind out of control und so hast du halt wirklich die Kontrolle, wenn du erstmal bewusst in den Tag stattest, ohne Handy. Also finde ich eine gute Regel. Du sagst das, also dass man da eben dem ausweicht, ja, und wie gesagt, du kannst dann, das ist dann dir überlassen, du kannst in der Zeit meditieren, du kannst spazieren gehen, das ist ganz cool, du kannst gleich an Sonnenlicht gehen, solche Sachen, aber das ist dir überlassen, Fazit ist nicht ablenken lassen. Dann das Dritte, da gibt es jetzt eigentlich keine Ordnung mehr, was die Zeitabfolge angeht, ist, wäre dann eine Stunde Sport am Tag gestaltet, wie du willst, das kann Laufen sein, das kann Trainieren sein. Wenn du dann denkst, okay, sieben Tage die Woche, 50 Tage lang, jeden Tag eine Stunde Sport, könnte dann doch ein bisschen viel sein, deswegen auch, du kannst auch mal einen Tag joggen oder nur spazieren, du kannst auch einen Tag nur Yoga machen oder dich dehnen oder einfach in der frischen Luft sein, aber so körperlich schon etwas, was deinen Körper ein bisschen bewegt, das ist das Ziel. Also wirklich 50 Tage lang, jeden Tag mindestens eine Stunde nennen wir es bewegen. Bewegen, ja, das ist eine sehr machbare Regel, weil dann manche vielleicht sagen, eben zu viel Sport, aber eine Stunde bewegen, das, glaube ich, kriegt jeder hin. Ich glaube, ganz, ganz wichtig, man nimmt sich für die Zeit, Zeit für die Dinge, die wichtig sind und Sport, Bewegung ist etwas, was einen langfristig bereichert oder in sämtlichen Lebensbereichen bereichert. Haben wir ja schon gesagt, genau das ist, die nächste Regel wäre dann 10 Seiten lesen am Tag, ich bin selber kein großer Leser, deswegen war das so eine der anspruchsvollsten Regeln für mich, weil ich mich dann mehr gezwungen habe zu lesen und wir wissen alle, wie gut lesen ist, wenn du wirklich keine Lust hast auf lesen, ist es dir auch frei, dass du ein Hörbuch hast, halt sollten dann circa 10 Seiten sein, je nachdem, 20, 30 Minuten, glaube ich, wäre so das Zeitmaß, aber das ist das Wichtige und ja, ich habe es dann meistens am Abend gemacht, viele machen es dann am Abend vom Schlafen gehen. Was hörst du aktuell für ein Hörbuch oder was liest du aktuell? Ich höre gerade den Almanac von Nawal. Kennst du gar nicht? Das ist eigentlich ein ziemlicher Klassiker. Okay, okay. Wunderlich ist, weil ich glaube, du bist da sehr gelesen. Kenne ich tatsächlich nicht. Ja gut, können wir dann quatschen, das ist ein sehr, habe ich auch empfohlen bekommen, beziehungsweise ist jetzt schon sehr, sehr bekannt. Okay. Ja, sehr facettenreich. Wie ist es? Almanac. Almanac, okay. Von Nawal Ravikant. Oh, wie krass. Und Nawal kennst du nicht? Nawal, der bekannt geworden ist mit seinen Tweets. Und der macht sowieso alles, muss ich dir mal später noch genauer zeigen. Aber ja, brutal inspirierend, sehr weiser, sehr smarter Mensch. Geht um Persönlichkeitsentwicklung. Angel Invest. Es ist schon so ein bisschen, ja, es ist eigentlich eine Biografie irgendwo. Aber nicht von ihm geschrieben, sondern von wem anderen. Über ihn. Genau. Und es, wie gesagt, auch basierend auf seinen Tweets und so weiter. Interessant. Und ja, inspirierende Persönlichkeit, auch viel gelernt dadurch. Bin noch nicht fertig, aber ja, so viel Wellbeing, wie man eben Wohlstand aufbaut. Und alle guten Sachen im Leben quasi. Sehr schön, okay. Ja, lesen. Wo waren wir dann? Fünfte Regel wäre dann einerseits eine gesunde Diät. Das haben wir auch jetzt quasi nicht limitiert auf vegetarisch oder vegan. Also jetzt nicht wirklich hardcore in irgendeine Richtung. Das kannst du einfach gesund. Damit verstehe ich wenig Zucker, wenig künstliche Nahrungsmittel und am besten kein Alkohol. Also das hat dann mir auch zu dem Zeitpunkt viel geholfen. Ja, in der Jugend schon ein bisschen ab und zu was getrunken. Und eigentlich, seitdem es die Challenge gibt, seit ich im Social Media mache, eigentlich kein Alkohol mehr. Wie lange gibt es die Challenge jetzt? Außer Freundin, sag ich jetzt, Schwester hat eine Hochzeit oder so, dann gibt es mal ein Bierchen. Ja, klar, klar. Aber sonst, nein, sonst nicht. Eine Challenge gibt es jetzt seit knapp drei, ja kurz, also Brand knapp drei Jahre, Challenge ein bisschen später gestartet, zweieinhalb, drei Jahre. Na krass schon. Kann man so sagen, ja. Ja, ja, also was, wo waren wir denn, fünfte, wir waren mal schnell fertig mit den Regeln, bevor wir das dann vergessen. Also das war dann eine gesunde Diät. Und dann, genau, meine Lieblingsregel, ganz, ganz wichtig, eine Stunde am Tag ist, wirklich, die solltest du dir widmen einer Sache, die du immer schon machen wolltest. Das ist am besten irgendein Skill, den du lernen willst, ja, oder ein Thema, mit dem dich auseinandersetzt. Also, weil viele haben ja 9-to-5-Jobs, die haben einen Arbeitsalltag, die, ja, die kommen aus dem nicht raus, vielleicht sind die auch unglücklich und das ist auch so ein bisschen der springende Punkt, dass man den Leuten hilft, so ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen, wo sie eigentlich hingehen wollen. Und das kann wirklich egal was sein. Für mich war das dann eben eine Stunde am Tag, schaue ich mir YouTube-Tutorials an von, über Filmmaking, über, über Crypto, über Trading, über was, irgendein Hartz geht. Je nachdem, was dich interessiert. Ganz egal, das kann wirklich sein, was du willst, das kann einfach ein Thema, was du lernst, ja, was du, wirklich, was du Lust hast, ja. Und das ist, glaube ich, auch so eine Regel, die dann viele oder vielen geholfen hat, eben dann ihrer Passion ein bisschen nachzugehen, weil, glaube ich, kenne ich viele so Storys von Leuten, die mir da geschrieben haben, so, ja, durch dich hat das dann geklappt, dass ich jetzt, ja, so arg, also, so arg das klingt, also die haben dann ihren Job gekündigt, weil sie jetzt da so viel oder eine Stunde am Tag investiert haben und dann ist das bis dann, hat das in Überhand gewonnen und jetzt haben sie eine eigene Agentur gegründet oder einen Runclub, also das ist positiv so dann eskaliert. Und das ist das Ziel der Regel, dass man sich da ein bisschen, ja, motiviert, was anders zu machen oder das eigentlich zu machen, wofür man brennt, ja. Am Ende des Tages ist ja das eigentlich das Ziel eines Lebens, dass man das macht, was man Lust hat, ne. Unbedingt, unbedingt. Bei wie vielen Regeln waren wir jetzt, ich glaube? Das war jetzt die vorletzte und letzte ist, dass man einfach das Ganze in einem Journal dokumentiert, also einen Alltag, du machst am Ende des Tages, schreibst nieder, was du gemacht hast, schreibst positiv, negativ, einfach deine Learnings, das für 50 Tage, für mich ist das schon so unterbewusst seit einigen Jahren, ich habe ein digitales Journal, ich schreibe da immer mit, was am Tag passiert ist. Okay. Für mich ist das dann wie so eine Database, wo ich dann schauen kann, okay, am nächsten Tag war ich dort, da ist mir das passiert, da war nicht so ein guter Tag, das kann ich dadurch, daraus kann ich vielleicht lernen, ja, ich finde, es hat nur Vorteile und viele mögen halt, das im Buch zu machen, finde ich auch gut. Definitiv. Ja, Journaling oder allgemein, ich bin auch ein Fan von Tracken, ja, also ich bin jemand, ich, zum einen Journaling ist ein Riesenthema, das heißt, ich bin Fan von Zielen, Fixpunkte, halt einfach sich zu notieren, ich mache das auch digital, ich habe das alles bei mir in meinem iPad, ja, und früher natürlich auch in Notizbüchern, aber für mich passt es einfach besser, wenn ich nicht irgendwie verschiedene Notizbücher rumschleppen muss, sondern einfach ist es für mich, passt besser zu mir, ich fühle mich damit wohler, wenn ich mein iPad drin habe, ich habe dann da alles strukturiert, meine Learnings der letzten Jahre, meine Ziele, wo will ich in fünf Jahren sein, was sind so meine, meine Dinge, meine Bucketlist, ja. Wird der Cloud synchronisiert auf allen Geräten. Ja, genau, auf allen Geräten synchronisiert und das ziehe ich mir auch wirklich jeden Morgen rein, da habe ich meine klare Routine und ich bin auch ein Fan von To-Do-Lists, also das ist so mein Tool, mit dem ich ganz intensiv arbeite, das heißt, ich überlege mir auch immer meine Jahresziele und breche es dann immer in wöchentliche To-Dos runter, in tägliche To-Dos runter, also immer in kleine Schritte, da bin ich ein Riesenfan von und dementsprechend bin ich auch ein Fan von Journaling, von Tracking, ja, das heißt, ich mache das zum Beispiel dann immer vorm Schlaf und gehe nochmal, hey, wie war der Tag? Ich, ähm, auch was Fitness betrifft, dass ich da mir alles notiere, wie war der Workout, wie lang Cardio, wie lang Workout, äh, was, was habe ich so gegessen, die Makros tracken und so weiter und dann noch kleine Notizen dazuschreiben. Also das alles machst du? Alles, ja. Und dann, und dann tracken, ja, einfach gucken, nochmal aufschreiben, was war heute, ähm, wie mal zurückgucken, wie war es noch vor zwei, drei, vier, vier Monaten und, äh, ist echt interessant, ja. Das heißt, die Weiterentwicklung, ja, natürlich ist da ein bisschen Zeitaufwand dabei, das zu machen, aber wie gesagt, der, der Profit, den man davon hat, dass man das nachsehen kann, ich, ich zum Beispiel habe eine Zeit lang schon auch eben Nahrung und so getrackt, das ist mir dann ein bisschen zu stressig geworden, das mache ich jetzt nicht mehr, wenn man, also hatte ich da ein gutes Gefühl für, ja, okay, wie viele Kalorien muss ich essen, das passt, aber sonst, was im Tag passiert, das mache ich, äh, To-Do-Listen, finde ich auch gut, hatte ich aber auch irgendwann mal den Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, wenn es jetzt zu viele To-Do's sind, jeden Tag und es ist nicht was fertig, das kommt am nächsten Tag, irgendwann stresst mich das, wenn es zu viele sind, ich begann das runterzubrechen auf die drei wichtigsten To-Do's, ähm, vielleicht kannst du da irgendwie auch ein bisschen relaten, wenn es dann too much ist, ja, man kann sich das gar nicht mehr irgendwie sortieren, aber sonst, ja, ich glaube, ich liefere zehn da ein bisschen zwischen so täglichen, täglichen Zielen und größeren Zielen. Was ich da gemacht habe, ich habe meine wöchentlich, weil das Problem anders, das Problem ist, du hast halt so viele Dinge, die du tagtäglich tust, also das kenne ich und irgendwann nimmt es so überhand, aber viele To-Do's kann man sich vielleicht auch sparen, ja, also ich differenziere da immer, sind das jetzt Dinge, die mich wirklich weiterbringen, also ich mache es immer so, in der Vorwoche, genau, notiere ich mir meine To-Do's, die wichtigen To-Do's für die nächste Woche, das heißt, das muss ich schaffen, das ist ganz, ganz wichtig, das ist wichtig für meine Ziele, für mein Weiterkommen und dann überlege ich mir, wenn ich meine täglichen To-Do's definiere, passen die auch wirklich zu diesen Zielen, zu diesen Wochen-To-Do's und die anderen, die versuche ich zu delegieren, ja, das heißt, da schaue ich irgendwie, kann das jemand übernehmen, muss ich das überhaupt tun, nehme ich dieses To-Do an, ja, weil oftmals kann man das ja gar nicht, muss man es nicht annehmen und dann kann man das so ein bisschen mehr begrenzen, weil ich weiß ganz genau, was du meinst, du bist dann so overwhelmed, ja, und hast so viele To-Do's und du denkst dir, what the fuck, ganz ehrlich, da stehen jetzt immer noch 30 Stück drauf, da bin ich ja fix und fertig, wenn ich das normal sage, ja. Ich glaube, da können viele relaten, ja. Ja, absolut, absolut. Ich glaube, ich würde nochmal so ein bisschen Richtung Project 50 gehen, weil wir es ein bisschen abgehackt haben und schon ein spannendes Thema, also jetzt haben wir sie erklärt, was es ist, aber im Prinzip, ja, was hat es gemacht, wieso ist es denn so groß geworden? Ähm, im Prinzip Social-Media-Challenge, weil ich, als ich dann, als wir das dann entwickelt haben, um eben, weil wir selber, ich war dann auch noch in der Krise, es war eh so alles nacheinander mit Social Media begonnen, vor, vor eigentlich drei, vier Jahren, ja, selber davor schon eigentlich, ich habe Wirtschaft studiert, das habe ich auch noch gar nicht erwähnt, ja, ja, ich habe BBL studiert. Das war, war nie so mein, äh, meine tiefe Motivation, sage ich jetzt mal so ehrlich, ja. Ich bin, habe dann auch schnell gemerkt, nicht der klassische Student, ja, ich bin visueller Lerner, ich bin kein Theoretiker, ich bin Praxis, ja, und habe das dann schon durchgeboxt, aber ich sage auch immer, ich, was ich gelernt habe auf der Uni, ist, ich habe gelernt zu lernen, ja, ich weiß jetzt, was es heißt, ähm, also ja, sich zehn Stunden hinzusetzen und sich was, äh, Wissen reinzuballern, ja, das, das habe ich gelernt, ja. Aber das ist ein abgeschlossenes Studium. Ja, habe ich abgeschlossen, Bachelor, ich habe Master dann begonnen noch im Ausland, den habe ich aber dann, das war so ein Creative Business Master in Dänemark, den habe ich dann tatsächlich schon irgendwann dann abgebrochen, weil es einfach, ja, da hat dann alles mit der Brand schon so gut funktioniert, da musste ich einfach dann Abstich ziehen, ja. Okay. Also ich habe dann vor drei Jahren eben SOM Studios gegründet mit einem Geschäftspartner, den ich auch. Also wenn du über eine Brand sprichst, dann sprichst du über SOM Studios? SOM Studios und Project 50 ist keine eigene Firma, es ist quasi so eine Subbrand, innerhalb der Firma und mehr so ein Global Online Movement Community Project, also, ja, aber per se keine eigene Firma. Okay, es ist keine Firma, es ist ein Movement aus, ich habe das jetzt so, oder ich interpretiere das jetzt so, das war einfach eher so ein Rahmen, den du dir selber eigentlich gegeben hast und da die Community einfach mitgenommen hast, richtig? Ja, im Prinzip, ich habe begonnen, den Lifestyle oder den ich gelebt habe mit eben, ich bin produktiv, ich will was aus meinem Leben machen, ich hatte da eben auch so ein bisschen meine Selbstfindungsphase nach, Studium abgeschlossen, dann wollte ich ein Jahr eben mein Filmmaking, das war eigentlich da, wo ich begonnen habe, war Filme machen, ja, diese kreative Ader, ich wollte immer Videos machen, ja, und dann in dem Jahr nach dem Studium habe ich mir gesagt, okay, jetzt probiere ich das so zu meinen Eltern, jetzt gibt es mir mal ein Jahr Zeit, jetzt vertiefe ich das und wir schauen, was ist, wenn nicht, dann werde ich, ja, trotzdem im Master noch begonnen, aber zur Sicherheit, aber ja, dann hat das irgendwann ganz gut funktioniert, eben auch, dass ich auf TikTok und auf Instagram meine Sachen poste und dann hat eben das eine zum anderen geführt, Geschäftspartner noch online kennengelernt, das hat dann auch gleich funktioniert und dann haben wir SM Studios gegründet und in dieser Firma eben Klamotten gemacht und so weiter und dieses Netzwerk aus gleichgesinnten Leuten etabliert, die alle wirklich jung sind und diesen Antrieb haben, aber jetzt nicht studieren wollen oder eben studieren und sie wollen trotzdem was Eigenes auf die Beine stellen, einfach so richtig, du kennst es sicher, du unterhältst dich so viel mit jungen Leuten, die haben teilweise so ein Feuer und genau diese Leute wollten wir eben fördern und haben wir gefördert, also das hätte dann alles ganz gut funktioniert, aber im Project 50 war so der springende Punkt, wo es dann richtig abgegangen ist und mittlerweile ist, glaube ich, ist Project 50 viel größer als SM Studios, weil das kennen die Leute, das ist nicht nur ein Hoodie, das ist eine Challenge, das ist etwas, was den Leuten wirklich bleibt, weil die Leute nur 50 Tage was durchziehen und ja. Aber es gibt so Project 50 auch Merge und so, oder? Ja, haben wir auch. Also wir haben es aber trotzdem nicht so, ich sag mal, monetarisiert, weil nie diese Geldabsicht da war. Man könnte jetzt sagen, okay, wirtschaftlich, ihr hättet das viel besser gestalten können, ihr hättet da Millionen, Milliarden, was auch immer, Unternehmen daraus machen können und das so krank verkaufen können. Aber der andere ist, es war eigentlich nie die Motivation. Die Motivation war eben gleichgesinnte Leute zu finden, einen coolen Kern aus Leuten, die motiviert sind und denen zu helfen, deren Talent zu fördern, ja, denen zu helfen, so wie ich die Hilfe damals gebraucht hätte, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt eigentlich nicht direkt studieren, ich will eigentlich gleich mein eigenes Ding machen und Videos machen, was dann funktioniert hat, aber genau, manche Leute sind nicht so, die sind, waren nicht so intrinsisch motiviert, sag ich mal, wie ich, sondern die brauchen ein bisschen so diesen externen Faktor und dann eben diese 50-Tage-Challenge, wo man sich ein bisschen accountable macht, dass man eben da durchbeißt und danach, glaube ich, wie gesagt, danach funktioniert es einfach besser, du hast mehr Struktur im Alltag, ja, und das war das Hauptziel. Kümmerst du dich selbst um dieses Projekt oder gibt es noch andere, die da mitwirken? Ja, das ist auch ein ganz spannendes Thema, aber wie gesagt, wir sind zu zweit. Wir haben eigentlich seit dato Gründung nicht wirklich, wir hatten so ein, zwei Helfer, aber nie wirklich Angestellte. Das ist vielleicht auch so eins der Themen, die ich gerade sehr stark behandle oder auch ein bisschen ein Learning. Ich tue mir extrem schwer, Sachen outzusourcen und ich glaube, da können auch viele so Unternehmer, ja, auch relaten, manche können das ganz gut, dieses Anschaffen, ich kann es überhaupt nicht gut, weil ich, beziehungsweise ich habe es jetzt noch nicht so wirklich ausgereizt oder getestet, aber ich bin jemand, ich mache so viele Sachen gern selber, ich will Sachen lernen und so ist das auch in der Firma. Also wenn du mich jetzt fragst, wie mein Unternehmeralltag so ausschaut, ich bin an einem Tag bin ich E-Mail-Marketing, dann bin ich Customer Service, dann mache ich Logistik, dann Designer, dann die Steuern, also ich, ja, das ist noch sehr weit gefächert. Und man könnte jetzt sagen, so, ja, unternehmerisch könnte ich mich da auf jeden Fall, oder könnten wir uns auf jeden Fall optimieren, weil wir einfach an dem Punkt sind, wenn so viele Bestellungen reinkommen, du musst das, du kannst, du kommst da nicht mehr nach mit Content. Und das war vor allem im letzten Jahr so die Challenge, da haben wir dann ein bisschen zurückgerudert, weil alles ein bisschen über unseren Kopf gewachsen ist. In den ersten zwei Jahren, es ging so schnell, dass wir da nicht mehr nachgekommen sind. Anfang noch selber so Produkte verschickt und dann eh gleich Lager und so weiter. Also das Fulfillment haben wir dann eh outgesourced und Customer Service, aber es ist noch viel zu viel an mir hängen geblieben. Das heißt, es gab Companies, die dann so einen externen Customer Service... Ja, genau. Also Lager, das war auf jeden Fall eins, das mussten wir auch. Also wenn du dann irgendwie... Die Lager Fulfillment, klar, aber auch, da gibt es dann auch so Möglichkeiten, um den Customer Service outzusourcen. Gibt es auch, ich meine, du suchst dir dann, wir haben dann einen Bekannten gehabt, der uns geholfen hat, ja, aber dann, du musst dann trotzdem immer wieder schauen, wer das dann wirklich langfristig macht. Du musst die Leute wieder einweisen, du kennst das ja eh. Aber im Prinzip, ja, vieles hängt dann noch immer an mir, das ist noch immer so ein bisschen die Challenge, mit der ich mich tagtäglich befasse. Einfach gewisse Tasks abzugeben, aber gleichzeitig habe ich dadurch irrsinnig viel gelernt. Also von Website bauen bis hin zu was designen, eben Content machen, das sowieso, Firma gründen, steuern und du lernst dann so viel in der Praxis, wenn du dann so viel selber anpackst und nicht gleich alles abgibst. Also es gibt auch Leute, die sind extrem erfolgreich, aber die wissen eigentlich nicht, was sie... Also die haben keine Hard Skills, weil sie nie das selber gemacht haben. Und ich mache dann gern was selber lange, aber genau, den Punkt, wo man es dann abgibt, den muss ich auf jeden Fall noch finden. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man viele Dinge erst mal selbst tut. Also deswegen, ich glaube... Zumindest eine Zeit lang, ne? Genau, ich glaube, da machst du intuitiv schon definitiv vieles richtig. Also ich meine, der Erfolg spricht ja auch für euch, für dich. Aber irgendwann, klar, kommt der Punkt, dann ist für den nächsten Skalierungs- oder Wachstumsschritt dann wichtig, dass man Dinge abgibt und Prozesse schafft, damit es theoretisch jeder kann. Und vor allem Dinge, die dir halt nicht direkt Umsatz bringen oder wo du als Geschäftsführer natürlich nicht zwingend gebraucht wirst. Also es gibt natürlich Tätigkeiten, die wirst du als Geschäftsführer, die kannst du als Unternehmern niemals outsourcen, weil das einfach immer ein Geschäftsführer-Thema bleibt. Aber ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele Themen und Punkte, die kann man einfach mit Prozessoptimierung auch delegieren. Wie ist das bei dir? Habt ihr mittlerweile Mitarbeiter oder immer noch nur wir zwei? Wie ist das? Also jetzt gerade noch zu zweit. Zu zweit. Wie gesagt, Fulfillment, da haben wir, also Lager, der wird versendet, aber sonst Shop-Optimierung, Shop-Alles, ja, das machen wir eigentlich zweit. Aber wie gesagt, es ist jetzt sehr absehbar, dass wir uns da Leute ranholen, weil es ist jetzt langfristig auch mit Nebenprojekten, mit Personal Brand, mit meinem ganzen Sportalltag, es fehlt irgendwo die Zeit und das ist dann auch nicht mehr gesund für meine Beziehung zu Familie und so weiter. Irgendwo wird es halt dann knapp mit der Zeit, deswegen, das ist... Ich finde es total spannend, weil du hast ja so viele Themen, ja, und... Wir können da über alles reden, ja. Du hast ja so viele Themen und du kannst ja eigentlich, oder du gibst ja gerade eigentlich nichts ab, sondern machst das alles selbst und das finde ich spannend. Vor allem Social Media, du bist sehr erfolgreich auf Social Media, du hast über deine Kanäle verteilt, ich weiß nicht wie viele Follower, ja, also auf jeden Fall eine große Community und auch die verschiedenen Brands sind ja, du hast ja wirklich mit einer, also du hast du gut aufgebaut, du hast ja viele Follower, große Markenbekanntheiten und da interessiert mich natürlich, weil Social Media ist ja was, ich glaube, da stimmst du mir zu, da gehört viel Disziplin dazu, Regelmäßigkeit, Zuverlässigkeit... Konsistency. Konsistency. Also wie sieht dann so ein konkreter Tag aus, wie planst du, also jetzt vielleicht mal um das Ganze zu konkretisieren, mal weg vielleicht von anderen To-Dos wie Buchhaltung oder steuerliche Themen, sondern wie sie zu der, genau, wie sehen so die Dailies aus von dir als, oder rund um Social Media? Also einerseits, da kann ich auch nochmal ganz kurz einen Exkurs zu Project 50 machen, weil, das hatte ich gar nicht angesprochen, das mit den Regeln ist ein Thema, aber es ist eigentlich bekannt geworden, weil ich dann als erster die Challenge gemacht habe und ich dann eben das täglich dokumentiert habe. Also ich habe dann Videos gemacht zu Daily Vlogs, das war, die waren einmal bekannt vor zehn Jahren, aber vor so drei Jahren sind die auch wieder richtig trendig geworden und da war ich eben einer der Ersten. Dadurch... Okay, Daily Vlogs zu Project 50, oder? Den Alltag habe ich dann mitgenommen und in einem kurzen Video eben dann hochgeladen auf Instagram oder TikTok, wie ich dann diese Regeln befolge, wie ich Sport mache, also wirklich ganz simpel, mit dem iPhone, ja. Mit Voice-Over dann... Teilweise, aber auch teilweise gar nicht, einfach mit Musik und das, ja, einfach mitgenommen, to be honest, also jetzt nicht irgendwie videografisch gesehen eine Meisterleistung, aber halt jeden Tag. Und dadurch, das hat eigentlich dadurch erst diesen ganzen Hype generiert, weil die Leute gesehen haben, okay, ich schaue mich das gerne an und der Typ wächst gerade. Also ich hatte ja da eigentlich davor noch, ich hatte vor ein paar Jahren meine 2000 Follower, das waren halt alles meine Freunde. Ich hatte zwar meine Videoprojekte gepostet, das hat nicht funktioniert, das hat keinen gejuckt, obwohl die Qualität da war. Und dann erst durch diese Daily Vlogs, die wirklich simpel waren, aber es waren halt jeden Tag, also eben dieses Thema Consistency, ist mein Account dann eben ziemlich schnell gewachsen. Also erstes Mal Project 50, dann, ich weiß es gar nicht mehr genau, 50.000, 100.000 Follower und dann eben habe ich es nochmal gemacht und dann irgendwann 200.000 Follower und das ist halt wirklich, das war eigentlich der ausschlaggebende Grund. Und da habe ich dann auch gelernt, so ein bisschen ein Learning, bin selber Perfektionist, würde ich sagen. Und man ist halt oft limitiert als Perfektionist, wenn man Sachen zu lange macht. Und deswegen sage ich mittlerweile, man braucht einen gesunden Perfektionismus, weil teilweise eben Consistency dann eben Quantität auch überwiegen kann, vor allem im Content-Bereich. Langfristig glaube ich schon, dass Qualität sehr wichtig ist. Das ist interessant, was du gerade sagst. Ja, das ist ein bisschen ein Trade-off, also schon so ein Konflikt. Ja, entweder, also Project 50, da war schon die Zeit, wo du sagst, okay, Quantität ist wichtiger. Langfristig glaube ich schon, dass du dich mit Qualität durchsitzt. Also das muss auch stimmen, aber am besten ist halt eine ausgewogene Balance. Aber ja, dadurch, dass ich dann 50 Tage lang jeden Tag ein Video geladen habe, haben das andere auch gemacht, ohne dass ich das quasi gesagt habe. Wie gesagt, das war ja keine Regel. Es gab sieben Regeln, aber niemand hat davon geredet, dass man jetzt jeden Tag ein Video machen muss, aber die anderen Leute, die, oder sagen wir mal so, Leute, die Creator werden wollten, haben dann auch 50 Tage lang ein Video gemacht und hatten dann auch davor 1.000 Follower und hatten dann 50.000 und 100.000. Und mittlerweile kenne ich eben, das sind auch viele Bekannte von mir oder andere Creator, die haben jetzt 100, 200.000 Follower, weil sie eben anfänglich Project 50 gemacht haben und die sind jetzt Fulltime eben Creator und ja, quasi aufgrund von… Haben Sie ein Thema rausgesucht, Daily Vlogs und ab geht's. Daily Vlogs, ja, dann eben Sport, Lifestyle, was auch immer. Aber im Prinzip der Grund war trotzdem, der ausschlaggebende Grund war Project 50. Und das ist extrem cool zu sehen, weil viele dann eben heute auch noch zu mir kommen oder ich treffe die zufällig irgendwo und die sagen, danke Nico, du hast mir da so geholfen, ich habe die Challenge gemacht und dann konnte ich da eben, wie ich vorher angesprochen habe, meiner Passion nachgehen oder ich bin jetzt selber Creator oder was auch immer, ich mache was anderes, aber das hat extrem vielen Leuten geholfen und hat eben auch andere Creator mit aufgebaut und ja, da bin ich auf jeden Fall stolz drauf. Da kannst du auch stolz drauf sein, das ist echt cool. Ja, das ist schon cool. Das ist richtig cool. Ich finde die These von vorhin auch sehr, sehr spannend. Quantität kommt vor Qualität, wenn du auf Social Media erfolgreich werden möchtest. Ja, es ist, wie gesagt, das ist ein bisschen ein Trade-off. Ich sage jetzt nicht, dass das immer gilt, ja, also langfristig… Ja gut, wenn die Qualität katastrophal ist und kein Juckst, dann kannst du natürlich 100.000 Vlogs machen, wenn es stinklangweilig sind, dann ist es schwierig. Aber vielleicht, um es langfristig zu optimieren, ist natürlich vielleicht wieder delegieren, so ein Thema, dass man sagt, okay, ich suche mir halt irgendwelche Cutter oder man kann ja da so viel outsourcen rund um Social Media oder vielleicht auch andere Dinge. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber da habe ich eh ein bisschen, das ist das gleiche Thema wieder mit, ein bisschen ein Problem mit mir selber, weil das so, das Videoschneiden halt meine DNA ist. Das ist das, was… Ja, wenn man sich deine Videos anschaut, das ist ja sehr heftig. Ja, das ist das, wo ich halt eigentlich meinen Stil entwickelt habe. Das ist wirklich eigentlich mein Baby. Das ist das Schwierigste, das würde ich, glaube ich, auch nie outsourcen. Wie gesagt, wenn, dann würde ich andere Sachen outsourcen rund um mich herum. Aber das kann ich nicht. Das macht mir auch viel zu viel Spaß, das Schneiden. Aber wenn du jetzt sagst, okay… Also das Cutten würdest du nicht outsourcen, weil du sagst, das ist so geil. Da muss ich echt wen finden, der brutal talentiert ist. Also wenn wer zuhört, der brutal gut ist, der kann sich gerne melden. Aber es muss halt passen. Es ist extrem schwierig, ja. Das tue ich mir extrem schwer. Weil wenn du dir halt so Interviews anhörst von so richtig erfolgreichen Social Media Dudes, die dann teilweise erzählen, ja, ich habe irgendwie 30, 40, 100 Cutter, die produzieren dann in einer unfassbaren Geschwindigkeit, in einer krassen Quantität. Aber dann logischerweise durch diesen ganzen Apparat auch in einer krassen Qualität, das ist wahrscheinlich schon… Also wenn man dann so in der Größenordnung ist wie Mr. Beast, sagt die sich ja was. Oder genau, wenn man dann soweit ist oder man will es dann vervielfältigen auf gewisse Plattformen, dann brauchst du das. Ja klar, das ist mir dann auch ein bisschen zu aufwendig, wenn ich dann das Video abende. Also wenn es um Kleinigkeiten geht, da muss man schon noch ein bisschen smarter denken. Und was ist dein Ziel? Mein Ziel? Oder deine Ziele? Ja, meine Ziele. Die kommen davon, tägliche Ziele. Die können klein sein, aber es gibt viele große Ziele. Ja, einerseits halt hoffentlich noch mehr Leute inspirieren. Oder so viel, wie es halt geht. Also ich bin glücklich, dass ich, oder so happy, dass ich schon viele inspiriert habe. Aber natürlich noch mehr. Also auch mit Project 50, aber auch unabhängig davon mit meiner Videokunst, mit meinem Sport, dass Leute einfach einen glücklicheren Alltag haben oder einfach auch effizienter sind, einen Job nachgehen, der ja Spaß macht, zu motivieren, dass Leute nicht in ihrem 9-to-5 hängen und sagen sie ihm eigentlich keinen Bock mehr darauf, sondern wirklich, dass sie dieses Risiko nehmen und sich Traum auszumachen und dann dank mir eben diesen extra Stoß bekommen in die richtige Richtung und dadurch einfach ein erfüllteres Leben führen können. Ja, du hast jetzt oft so 9-to-5 erwähnt. Findest du per se 9-to-5 schlecht? Nein, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Also ich sage es nur so, weil eben das Selbstständigsein so ein bisschen anti-9-to-5 ist, aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, weil es braucht ja irgendwo Leute, die dann auch Mitarbeiter sind. Haben wir ja auch viel drüber geredet. Aber genau viele haben halt zurzeit, ich kenne viele Leute, junge Leute, die einfach diesen Drang haben, mehr in diese Freelancer-Richtung zu gehen und eigener Chef. Ich glaube, ich gehe mehr um dieses eigener Chef sein und ja, das waren halt hauptsächlich die Leute, die dann von Project 50 ein bisschen so mehr Interesse gezeigt haben. Ich glaube, du kannst, aber auch als Angestellter, also wenn die Opportunity gut ist und das Umfeld gut ist, kannst du dich natürlich auch als Angestellter extrem gut selbst entfalten und selbstbestimmt deinen Alltag bestreiten. Also 9-to-5 ist so das Sinnbild von nicht selbstbestimmt, sondern Hamsterrad. Du steckst da drin und kannst halt kein selbstbestimmtes Leben führen. Aber wenn das Umfeld passt, wenn das Unternehmen passt, dann glaube ich, gibt es da geile Opportunities. Es gibt geile Unternehmen da draußen, die da schöne Möglichkeiten bieten, um dich wirklich selbst zu entfalten. Deswegen, ich glaube auch, dass vielleicht dieses 9-to-5 oftmals gar nicht so schlimm ist. Ja, wobei, du hast eigentlich recht. Also wenn man dann sagt, okay, selbstständig sein ist ja dann eh fast mehr an 24-7, was ja dann eigentlich mehr ist als 9-to-5. Ich habe mir mal gedacht, ganz ehrlich, wenn ich selbstständig bin, dann bin ich viel selbstbestimmter und das wird so geil und ich kann tun, was ich will, aber du hast halt einfach so viele Vorgaben. Und vor allem in den ersten Jahren ist es ja geisteskrank. Du hast mehr Verantwortung. Du musst dich an so viele Dinge halten, die Verantwortung, die du schulterst, die Risiken, die du eingehst. Also du bist schon irgendwo beschränkt. Und wenn ich zurückdenke als Angestellter, habe ich viel mehr Urlaub gemacht. Ich bin viel mehr gereist. Also deswegen in meinen Jahreszielen steht jetzt mittlerweile sogar drin, weil mich das einfach wahnsinnig erfüllt, zu reisen, andere Kulturen kennenzulernen. Wie oft ich in einem Jahr reisen soll, das lege ich mir mittlerweile fest, weil ich weiß, sonst geht es einfach unter im Alltag oder einfach in dem ganzen Workload. Und das ist dann immer so die Frage. Bist du als Selbstständiger, als Unternehmer dann wirklich selbstbestimmter? Selbstbestimmter kannst du dich freier entfalten? Also klar, du hast natürlich die Rahmenbedingungen, setzt du dir ja selbst. Und deine Ziele setzt du ja selbst. Also oftmals ist man ja der Gefangene seiner eigenen Ziele. Aber trotzdem ist es oftmals gar nicht die bessere Lösung für viele Menschen. Ich habe viele Unternehmer, viele Selbstständige kennengelernt, die sich das anders ausgemalt haben. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen Persönlichkeitstyp abhängig. Ich glaube, das ist nicht jeder dafür gemacht. Viele brauchen einen Chef. Viele brauchen diese Vorgabe. Aber genau, ich wollte eben vorher damit sagen, dass viele eben da mehr aus diesem Hamsterrad ausbrechen wollen, nicht glücklich sind mit dem Job. Vielleicht war ich da ein bisschen zu kritisch mit 9 to 5. Nee, nee, da hat mich nur deine Meinung interessiert. Das ist für mich die Sichtweise ja sehr entspannend. Wenn die Firma nicht passt, ich will Leute dazu motivieren, was ihnen Spaß macht. Kann eben auch 9 to 5 sein. Aber vielleicht in der Firma oder in der Thematik, wo sie selber eine Begabung haben, wo sie sich mehr sehen als jetzt in einem Job, wo sie sich eigentlich gar nicht sehen, was sie nur machen fürs Geld, um eben über die Runden zu kommen. Und ja, sonst Persönlichkeitstyp, welches ich gerade angesprochen habe. Das ist auch sehr spannend. Ich weiß nicht, kennst du 16 Personalities? Ja, schon mal gemacht? Ja, ich habe es schon länger her tatsächlich, aber wir haben das mal tatsächlich sogar, es war ein Teil vom Onboarding-Prozess bei uns mal. Na wirklich, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich so ein Ding, was ich auch extrem, weil ich damals, wo ich in Dänemark war, eben wegen meinem Masterstipendium, mit meinem Mitbewohner, der hat mir das gezeigt und der macht das mit seinen, der hat auch eine Firma damals gehabt im Financial-Bereich und gesagt, Onboarding hat er mir auch gleich, wo ich, den ersten Tag dort war, gleich Personalities-Test hat er hingegeben. Und dann ja, seitdem, ich finde das extrem spannend zu sehen. Ja, super spannend. Also wie man Menschen einschätzt, also jeder ist auch anders und deswegen, jeder muss für sich wissen, herausfinden, wie er tickt und ja. Ja, da gibt es auch unterschiedlichste Modelle, ja, es gibt die Persönlichkeitsdimensionen, dann gibt es ja die, ich sage jetzt mal, die Farbenlehre gibt es ja auch und so, ihr kennt es ja auch bestimmt, oder? Ist, finde ich auch immer ganz interessant, ist es so ein Stück weit auch umstritten, aber finde ich trotzdem wertvoll. Es geht ja immer nur darum, dass man Leute oder Menschen so ein Stück weit einschätzen kann und dass man sich da so einen Rahmen bastelt, ja, und für das sind solche Modelle natürlich total wertvoll. Gibt es neben deinen, neben dem Ziel, andere Menschen zu inspirieren, weil das habe ich jetzt rausgehört. Ja, genau, das war eigentlich die Frage. Das finde ich auch spannend, Nico. Oh Mann. Finde ich auch spannend, Nico, weil das ist so ein Ding, wenn ich jetzt hier einmal bei meinem iPad swipen würde, andere Menschen zu inspirieren, nach den Sternen zu greifen, einfach so ein bisschen mehr Gas geben und zu zeigen, was möglich ist. Wenn man nicht nur tolle Ziele hat, sondern auch für die Ziele was tut und das ist ja eigentlich die Project 50, also deine Challenge, es besagt es ja, etwas dafür zu tun. Ja, selber anpacken, genau. Selber anpacken, genau. Und das finde ich total spannend und ist auch wieder was, was uns verbindet, weil andere Menschen einfach dazu zu inspirieren, mehr Gas zu geben, ist ja auch ein Teil der Mission dieses Podcasts, ja. Deswegen sprechen wir miteinander, aber du bist jemand, der die extra Meile geht. Genau, es kommt nicht von mir. Genau, und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die Podcast-Folge oder du hier wieder im Rahmen des Podcasts andere inspirieren wirst. Ja, hoffentlich. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, gibt es aber neben diesem Ziel, also neben dieser Challenge, gibt es da noch andere Ziele, die du hast? Also klar, wie gesagt, größere Ziele, da gibt es einige. Für mich gibt es, auch wenn es jetzt nicht nur wirtschaftliche Ziele sind, also klar, es ist dann schön, wenn die Firma noch wächst und man finanziell unabhängig ist und man eben noch mehr Leute damit erreicht. Ich habe auch ganz subtile Ziele. Aber ganz kurz, um über das Wirtschaftliche zu sprechen, weil auch das ist natürlich wichtig. Hast du konkrete wirtschaftliche Ziele? Also mit wirtschaftlichen Zielen meine ich, wo soll SOM Studios in fünf Jahren stehen, in zehn Jahren stehen, wo sollen deine Companies stehen? Ich bin da gar nicht so, also klar, man redet immer vom Businessplan, aber dadurch, dass das Ganze eigentlich mehr durch Passion begonnen hat und nicht mit finanzieller Absicht, habe ich mir da auch nicht jetzt die grüppsten finanziellen Ziele rausgerechnet. Das heißt, ich muss jetzt nicht so und so viele Millionen sein in so vielen Jahren und ich muss auch keinen Exit mit so und so vielen Millionen machen. Ich will davon gut leben können. Es soll vielleicht eben eine coole Firma sein mit einem coolen Arbeitsplatz für Leute, die dann wirklich Spaß und Freude an der Arbeit haben. Und das ist mir das Wichtigste. Also die Firma gibt es jetzt drei Jahre, oder? Ja, genau. Genau, drei Jahre. Und du hast jetzt aber auch nicht, dass du sagst, ich möchte definitiv dieses Jahr einen Wachstum von 30 Prozent oder ein klares Umsatzziel. Es gibt so, wir haben so ein paar Zahlen, aber ich habe da jetzt nichts, was ich da irgendwie spannend auf den Tisch schauen werde, weil es soll funktionieren, es soll gut funktionieren, aber ich mache mir da keinen Druck. Okay, das ist jetzt nichts, wo du dir einen klaren Rahmen steckst oder Ähnliches. Okay, dann wolltest du gerade von anderen Zielen noch sprechen? Ich habe etwas getrunken, sorry. Ja, ganz die, wie gesagt, einfachsten Ziele der Welt vielleicht sogar eine gesunde Familie. Ich will, dass es meiner Familie gut geht. Ich will irgendwann Kinder haben. Ich will ein Eigenheim, beziehungsweise ich baue Gott mit meiner Freundin, wir bauen gerade ein Haus. Also das sind wir eh schon ziemlich flott, sage ich mal, aber da einfach ein glückliches Leben, gesund sein, fit sein, vielleicht noch ein paar sportliche Ziele. Das ist ein bisschen mein Andereiz. Du sitzt hier gerade gegenüber vom Mr. Anti-Eigenheim. Ja, ich habe dich schon rausgegangen, das war Podcast. Finanziell vielleicht nicht so. Ich bin so richtig Anti-Eigenheim. Ich bin so richtig smart. Ja, also da kann man sicherlich drüber streiten. Nein, sicher kann man das, aber mir geht es da eben um unseren Space. Wir haben eine, also jetzt meine Freundin zu erwähnen, eine sehr, sehr glückliche Beziehung, auch eben vor circa drei Jahren kennengelernt, meine Freundin, die ist auch in dem Space. Das ist ja beide aber in Graz, oder? Genau. Und da entsteht das alles. Also ihre Eltern wohnen dort und daneben wird jetzt das Haus gebaut und ja, wir wollen endlich unseren eigenen Space haben, wo wir kreativ sein können, wo wir unseren Alltag haben können, wo wir Platz haben, wo wir auch einen Garten vor der Tür haben, wo wir Natur haben und ich glaube, darum geht es. Deswegen haben wir jetzt einfach uns dafür entschieden und nicht eine Wohnung, wir hätten eine Wohnung jetzt in Wien nehmen können, ja, oder uns irgendwo einmieten oder wie auch immer, ja. Also das war eigentlich der Hauptgrund, dass wir einen Space haben, wo wir, ja, unsere Ruhe haben. Deswegen. Bist du oder seid ihr wirklich, würdest du sagen jetzt, du bist jetzt 25, bin mir ganz, ganz sicher, du wirst in deinem Leben noch sehr, sehr viel erreichen. Bin ich mir sicher, du hast eine gute Energie, man merkt, du hast Bock, ja. Aber glaubst du, dass dann, bin ich schon so weit für ein Haus? Ja, man entscheidet sich ja für den Lebensmittelpunkt und deswegen, du hast es gerade gesagt, so argumentiert, das ist dann mein eigener Space. Also ich glaube ja auch, wenn du zur Miete wohnst, was ich cleverer finde, das könnte ich jetzt hier ausführen, aber es soll jetzt nicht Thema des Podcasts sein. Also ich habe Immobilien, ich bin Immobilieninvestor, aber ich bin immer der Meinung, das muss ich jetzt trotzdem an der Stelle sagen, erst mal in eine Kapitalanlage Immobilien investieren und dann irgendwann später kann es als Luxus gut Sinn machen, ein Eigenheim zu erwerben. Aber wie gesagt, soll nicht das Thema sein, aber glaubst du, auf das will ich eigentlich hinaus, glaubst du, dass der Lebensmittelpunkt dort bleiben wird? Bist du dir da so sicher? Der Lebensmittelpunkt wird Österreich bleiben, das wissen wir beide, aber es heißt jetzt nicht, dass wir für ewig dort wohnen werden. Wir sind so viel unterwegs wegen dem Job. Wir haben ja schon gesagt, also wir lieben beide Dänemark, Kopenhagen, trauen wir irgendwann eben dort, mal ein paar Monate zu leben oder wir waren kürzlich in New York, können wir uns vorstellen, mal einen Monat dort zu sein. Also diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber dass man halt einen Monat mal dort lebt, also wie so kurz. Digitaler Nomade. Bisschen in die Richtung, aber Fakt ist, genau, Österreich soll es sein, das ist jetzt mal schon der Lebensmittelpunkt. Meine Familie ist in Wien, das ist zwei Stunden von dort. Okay. Damit sind wir glücklich und falls sich irgendwann was ändert, wie gesagt, ja, da kann man das auch noch ändern. Es ist nichts verloren. Aber hat auch schon viel Spaß gemacht, jetzt so ein Haus zu planen. Da hat man auch viel gelernt, ja. Okay, interessant. Auch viel selber gemacht, deswegen, ja, da hat man auch einiges mitgenommen. Interessant, interessant. Was mich noch interessieren würde, anderes Thema. Du hast ein TED-Talk. Tatsächlich, ja. Gehalten. Oha, gar nicht gewusst, dass du es weißt, ja. Doch, ich weiß es. Ich habe es mir, ich habe es mir angeschaut. Fand dich ultra sympathisch bei dem TED-Talk, weil du auch so offen mit deiner Nervosität umgegangen bist. Ja, das war ein Thema. Das stimmt. Aber es war super sympathisch, sage ich dir ganz ehrlich, das war sympathisch. Okay. Die Message, es geht ja um die Message, um den Inhalt. War ja super positiv. Das hat mich dann ganz gut untermauert, glaube ich. Mega. Mega, ja. Und da braucht man ja wirklich Cojones, um sich da hinzustellen und einen TED-Talk rauszuknallen. Wie kam es dazu? Also kurz zu dem, ja, also vor drei Jahren alles begonnen und das war tatsächlich dann schon vor zwei, also ich war in der ganzen Space, ich war ja irgendwo dann ein Jahr erfolgreich mit dem, was ich mache und dann kam halt schon diese Anfrage von, gibt es ja immer, TEDx sind quasi diese Uni-Veranstaltungen und TED kennt, ich glaube, es kennt jeder und die ganzen Zuhörer 40 Millionen Follower auf YouTube. Ja, die Zuhörer werden es auch alle kennen, hat jeder schon mal einen TED-Talk gesehen. und da hat mich die Atech, wenn man das so ausspricht, Atech, Französische Universität angeschrieben und die haben das eben organisiert und die haben mein Content gesehen, die fanden mich inspirierend, auch das mit Project 50 und ja, wie du gesagt hast, dann habe ich meine Cojones mal kurz in die Hand genommen und ja so. Und attackiert. Und ich habe gedacht, hey Leute, Jungs, das ist zu früh. Ich habe mich eigentlich noch nicht so ready gefühlt für das Ganze, aber ich habe gesagt, ich muss, wie gesagt, dieses, das war auch dann Leitsatz meines TED-Talks, da ging es auch ein bisschen um dieses Rauskommen, dieses Be Comfortable, Being Uncomfortable, also fühle dich wohl damit, dich eben in unangenehme Situationen zu bringen und das habe ich dann gleich damit auch irgendwie untermauert und ja, gedacht, fühle mich gerade echt nicht ready dafür, aber ich muss das machen, weil die Möglichkeit bekommst du, glaube ich, nur einmal im Leben. Also das, ich weiß nicht, ob ich jemals nochmal ein TED-Talk halten werde, ich wäre sofort down dafür, aber da musste ich sagen, jetzt kannst du nicht absagen, das wäre ja eine Chance. Das kannst du nicht absagen, das ist eine krasse Möglichkeit. Nein, deswegen, und ja, angenommen und dann ist das halt auch passiert. Aber weil du eben so erfolgreich Content-Created hast oder so ein krasser Content-Creator warst, sind die auf dich zugekommen und gesagt, hey, wer ist das, was macht der? Genau, die sind auf mich zugekommen, weil sie eben auch, die Leute, die es organisiert haben, die waren auch dadurch eben angetan von hauptsächlich meinem Content und Project 50, weil das da selber ein paar Leute bewegt hat, eben ein erfüllteres Leben zu führen und mehr Gas zu geben und eben, ja, produktiv zu sein und dadurch war das ein ganz gutes Topic. Es gab auch ganz andere Topics, also ein paar andere Speaker kennengelernt, auch ein Professor und ganz verschiedene Leute. Sehr interessant. Also hast du dir die Bühne mit einigen krassen Persönlichkeiten gezahlt? Ja, ja, klar. Man muss sich überlegen, das ist ja alles... Es war schon eine Erfahrung für sich. Wo war das? In Frankreich dann, näher Lyon. Also auch hingeflogen, alles mega Experience. Davor eben kannte ich nur Referate und Vorträge aus der Schule und aus der Uni, deswegen war gleich mal so das biggest challenge of my life, das Ganze auch nicht auf Deutsch, also nicht in meiner Muttersprache, sondern auf Englisch. Das finde ich eigentlich so krass. Ja, das ist schon nochmal so eine extra Hürde, glaube ich, für viele. Kann ganz okay Englisch reden, sage ich immer, ist aber echt dann nicht leicht. Also wenn jetzt auch der Podcast auf Englisch wäre, man müsste halt länger nach den Worten suchen. Ich glaube, für dich wäre es jetzt... Das ist 100% related. Ich würde absolut... Du könntest es, aber es wäre schwierig, weil das bei mir eingerostet ist. Also ganz ehrlich, wenn ich mal im... Ich bin ja trotzdem mittlerweile wieder mehr am Reisen, wenn ich im Urlaub bin. Diana, meine Freundin, die fällt halt nicht so schnell was ein, so ein Lückenfüller oder dergleichen. Deswegen, das war eine brutale Challenge. Deswegen war ich dann auch... Davor war ich echt nicht nervös, aber du stehst dann oben auf der Stage, es ist alles rot. Das sitzen halt tatsächlich nur 100 Leute. Das ist immer auf 100 Leute limitiert bei den TED-Talks. Außer es ist ein spezifischer TED-Talk. Aber er wird online gepostet, da sehen sie uns dann eh mehr. Aber du bist trotzdem dann... Du stehst oben auf der Bühne und bist dann doch ein bisschen nervös, glaube ich. Und so war es auch. Das ist aber ganz natürlich. Wie alt warst du da? Naja, vor zwei Jahren. 23 Jahre. 23 Jahre, okay. Aber wie gesagt, das haben sich dann auch viele bei mir bedankt für diese authentische Weise, wie ich das gemacht habe und mir jetzt Spaß gemacht und viel daraus gelernt. Also ich glaube, jetzt bin ich nicht mehr so nervös, wenn ich sowas mache. Ja, wie gesagt, und da hast du sicherlich auch viele inspiriert mit dem Vortrag. War schon cool. Starke Leistung. Bei dir auch mal? TED-Talk on the bucket list? Ich wäre am Start, aber die haben mich noch nicht angefragt. Sag niemals nie. Ich war auch sehr verwundert. Ich würde sagen, geh deinen Weg und jetzt ist schon... Natürlich Bock, aber das sind natürlich immer so Themen. Das kannst du dich da zwingen. Das kannst du wirklich nicht zwingen. Das passiert. Ja, das passiert. Ich glaube, sowas passiert und zum richtigen Zeitpunkt. Das kannst du dir nur positiv manifestieren. Da will ich jetzt kein Fast aufmachen, aber das ist eigentlich was, was ich noch einwerfen kann. Ich weiß nicht, wie du da so stehst zu, dass man sich Sachen manifestiert. Ich habe das eigentlich nur gelernt durch meine Freundin. Ich bin ja eben, wie ich vorhin erwähnt habe, ein visueller Typ und habe dann durch sie mir selber auch ein Vision Board mal. Also ein Vision Board, das sind eigentlich Ziele, die du dir visuell aufzeichnest beziehungsweise dir mit Bildern und Zahlen dir eigentlich visualisierst. Was ist auf dem Vision Board? Das sind Ziele in jedem Bereich. Sei es jetzt Familie, sei es Wirtschaft, das kannst du ein bisschen einteilen. Sind da auch materielle Dinge drauf bei dir? Kann auch sein, ja. Es sind auch materielle Dinge. Ich bin jetzt niemand, der so krass materialistisch ist, aber vielleicht ist dann doch irgendwie ein Auto oben oder meistens ist es halt Sport-Equipment bei mir. Ein Fahrrad oder Golfschläger, sowas ist oben. So ein richtig geiles E-Bike oder Schimmel bei dir. wie gesagt. Nein, wirklich solche Sachen. Also von allen Bereichen, das machst du dir einmal. Das macht auch Spaß, das zu machen und dann hast du wirklich so einen Überblick, da schaust du halt manchmal drauf. Kannst das Handy-Hintergrund machen und ja, viele werden sagen, okay, wozu mache ich das? Die arbeiten halt mit Listen. Habe ich auch viel gemacht, bis ich dann das entdeckt habe und das hat mir tatsächlich geholfen und du wirst jetzt lachen. Aber ich habe das dann gemacht vor eben zwei Jahren und da stand auch, da war so ein Bild von TED Talk, habe ich mir ausgedruckt, darauf geschrieben, dass ich das halt einmal in meinem Leben machen will und einen Monat später kam die Anfrage und das war so, das hat, das ist crazy. Ich habe meine Freundin eingeschaut und ich habe gesagt, das ist ein Scherz, komm, ich habe anfangs auch nicht daran geglaubt und ich habe gesagt, das kann nicht sein, komm, ich habe mir gedacht, irgendwann mit 30, mit 50, keine Ahnung, irgendwann mache ich, also mir ist egal wann, okay, also ich kann das auch, wenn ich hoffentlich ein erfolgreiches Leben hatte, kann ich das auch als Pensionist, dann kann auch ein TED Talk, als Professor, irgend sowas, aber nicht mit 23. Das ist krass. Und deswegen, das war dann so für mich, okay, da ist vielleicht doch was dran und seitdem, wenn ich mir was positiv manifestiere, wenn ich da rein denke, dass ich das schaffe, wenn man wirklich da committet und dann Zeit investiert, dann glaube ich, kann man schon viel schaffen. So ein Vision Board ist sehr wirkungsvoll, also bin ich auch fest davon überzeugt, ich habe, Hast du schon mal Berührung gehabt damit? ich habe früher wirklich mit so Vision Boards gearbeitet, mittlerweile habe ich so mein Vision Board auf Pinterest, also da habe ich so Dinge, so Impressions und da schaue ich immer wieder mal drauf, also das mache ich aber unroutiniert, also das heißt, ich gucke da immer wieder mal drauf, weil ich für mich gelernt habe, dass ich sowieso jemand bin, ich bin so ein typischer Tagträumer, das heißt, ich manifestiere Dinge, genau, ich manifestiere Dinge sowieso in meinem Sein relativ intensiv, weil wenn ich was möchte, dann fällt mir das im Tag sehr, sehr oft ein und ich visualisiere das oder verliere mich oft in diesem Ziel und in der Vision und funktioniert für mich ganz gut. In unregelmäßigen Abständen führe ich mir das dann auch wieder visuell vor Augen also nicht nur vom geistigen Auge, sondern eben über Pinterest dann und dann so meine Methode, um davor zu gehen. Jeden Tag anschauen, aber ab und zu mal erinnern eigentlich, wo man steht. 100 Prozent, absolut, absolut. Nico, es hat mir super viel Spaß gemacht, es war ein sehr, sehr interessanter Talk, gibt es noch irgendwelche Punkte, die dir auf dem Herzen liegen, irgendwas, was du mit der Community noch teilen möchtest. noch ewig quatschen über gewisse Themen und ich weiß nicht, was du dir noch aufgeschrieben hattest, aber es gibt super viele Themen, also wir haben, wir haben super viele Überschneidungen, wir könnten jetzt hier natürlich noch ich weiß gar nicht, wie lange wir schon quatschen. Das ist eine gute Frage, wie lange quatscht man schon? Ist das lang oder ist das je noch recht gut? Es vergeht so schnell die Zeit. Ja, das ist krass. Okay, dann müssen wir natürlich Schluss machen. Komm, machen wir nur irgendein Abschlussthema. Knall nur irgendwas Geils raus. Du musst mir das bieten, die Frage, das Thema, auf Knopfdruck, dass mir was einfällt. Ich glaube, was ich mitgeben kann den Leuten, wie gesagt, schaut sich mal, wenn jemand wirklich so sich ein bisschen identifizieren kann mit diesen ganzen, mit so Struggles, so Selbstfindung, was will ich machen mit meinem Leben? Einfach mal Project 50 anschauen. Vielleicht gibt dir das eine Struktur, eine Hilfestellung, um dir da einfach diesen extra Schub zu geben, dass du dich traust. Das würde ich einfach jedem mal empfehlen. Wie gesagt, man muss keine Videos machen, man muss einfach nur mal diese Regeln befolgen, dich ein bisschen accountable machen, dass man da einfach diese Struktur in den Alltag bekommt. Das ist, glaube ich, ganz cool. Sonst Persönlichkeitstest auch mal probieren, können wir auch machen. Das ist auch ganz interessant. Weißt du, was mich noch interessieren würde? Du bist Erfolg auf Social Media, bist du sicherlich auch mit vielen Menschen vernetzt, die da erfolgreich sind. Das heißt, auch was Strategien betrifft, die dich auf Social Media erfolgreich machen, bist du wahrscheinlich jetzt nicht der falsche Ansprechpartner. Wenn wir lieber quatschen. Hättest du noch eine Idee, also Frage Nummer eins, glaubst du, dass man heute noch auf Social Media erfolgreich sein kann? Weil ich die Frage vor zwei Tagen erst bekommen habe, also ich habe meine Antwort drauf oder meine, meine, ich habe meine Denkweise, aber es ist natürlich interessant, was du sagst, Nico, kann man heute noch erfolgreich auf Social Media werden? Und jetzt einfach mal so spontan, welches Format, glaubst du, funktioniert heute auf, weil auf jeder Plattform funktioniert ja ein anderes Format gut, auf TikTok anders wie jetzt auf Instagram, aber gehen wir mal auf Instagram, welches Format funktioniert gut auf Instagram, um heute auf Social Media erfolgreich zu sein? Ich kann dir gleich sagen, es gibt keine universelle Lösung, das ist sehr individuell, das sind immer wieder neue Sachen, die aufpoppen, wo ich mir denke, ey, das ist eigentlich brutal, das ist eigentlich Schinischreich, das ist so kreativ, kein Wunder, das funktioniert, aber da sind, glaube ich, die Hände an nichts gebunden, da will ich mich gar nicht limitieren, aber gleichzeitig, wie du gesagt hast, mit den ganzen Leuten, die erfolgreich sind, man muss ein bisschen aufpassen, auch Social Media, ich habe immer jetzt viel positiv geredet über Social Media, es gibt doch mehr, es gibt doch viel, wie sagt man, Schein, Schein, sein ist Schein. Ja, nicht nur Schein, sondern ich glaube auch viele Social Media, super viele negative Aspekte. Ich sage immer, some people always talk, but never walk, die sind wirklich nur am, ähm, Saunen, aber eigentlich ist nicht viel, ich sage immer Substanz, dahinter, deswegen ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber Thema. Also du sprichst jetzt aber eher von den Influenceren? Allgemein. Allgemein von, also immer mit Vorsicht zu genießen, online, was du konsumierst. Aber du sprichst jetzt von der, genau, okay, aus der Perspektive. Also selber, wenn du jetzt konsumierst, ein bisschen, du musst dir deinen Content filtern, ja, jeder ist selber verantwortlich, was du dir anschaust. Überleg dir, von wem du konsumierst. Ich versuche möglichst transparent zu sein, eben Leute zu motivieren und wenn sich das Leute anschauen und sich dann gut fühlen, dann ist das super, aber es gibt eben auch viele, die einfach, ja, mehr zeigen, als sie eigentlich wirklich, da ist nichts dahinter, ja, um das geht's. Und wenn du jetzt sagst, wie wir dann erfolgreich werden, ich glaube schon, dass das noch möglich ist. Also wie gesagt, man muss sich halt ein Thema finden, es ist dieser Trade-off zwischen Quantität und Qualität. Ich glaube langfristig, wenn du brutale Qualität hast, bist du sowieso erfolgreich damit. Aber wenn du dann komplett auf Quantität verzichtest, dann wird es nichts bringen, weil wenn du nur jede zweite Woche ein super Video hochlädst und wird es halt einfach vom Algorithmus her nicht angezeigt. Von der Qualität passt, ja. Ja, bloß so eine Community will ja, nein, die wollen ja, ja, die wollen ja, die will in der Zeit werden oder die will Wissen haben oder was auch immer, für was du stehst. Und gleichzeitig, wie du gesagt hast, Quantität hilft extrem am Anfang, um mal eben, das hat ja bei mir auch funktioniert mit Project 50, dass man jeden Tag aufzubauen ist. Jetzt mache ich selber auch ein bisschen weniger, weil ich viel andere Sachen mache, aber die Qualität muss ich natürlich auch weiterhalten, weil die Leute sind ein gewisses Level gewohnt. Und ja, ich glaube, so kann man es wenigstens ein bisschen zusammenfassen. Aber ein konkretes Beispiel ist heutzutage, da will ich schon jemanden limitieren. Aber vielleicht eins noch ergänzend, also auf beiden Seiten, glaube ich, also auch für viele Creator ist trotzdem Instagrams oder allgemein Social Media mit Vorsicht zu genießen, weil es gibt natürlich auch immer, wenn du eine große Reichweite hast, viel Hate. Es gibt immer jemanden, auch wenn du positiven Content hast und wirklich nur Positivity ausstrahlst. Ich habe Gott sei Dank auch wenig Hate, aber es gibt immer jemanden, dem man es nicht recht machen kann und es gibt immer jemanden, der irgendwas kommentiert. Sogar der Pumutl hat Hater. Jeder hat Hater. Es gibt leider immer jemanden und das war so auch, ja, ein bisschen Richtung mein größtes Learning. Du kannst dich jeden zu viel stellen. Ich war immer so ein bisschen People Pleaser. Ich glaube, das ist wichtig. Ich hilfsbereit und irgendwann musst du einfach sagen, du musst doch mal Nein sagen lernen und das ist ja eigentlich so eines meiner größten Learnings vielleicht auch so am Ende. Ich glaube, es gibt vielleicht noch zum Abschluss, es gibt eine schöne Geschichte, der Mann geht mit seinem Sohn und nimmt Pferd einen Weg entlang und der Mann sitzt am Anfang auf dem Pferd, der Sohn geht nebenher und dann kommt irgendwann ein Mann entgegen und sagt, ja, das geht ja gar nicht. Der Mann, der sitzt da irgendwie auf dem Pferd und der hat es entspannt und der Sohn läuft nebenher. So, dann denkt sich der Mann, okay, geht vielleicht wirklich nicht, dann steigt er ab, Sohn geht drauf. So, dann kommt eine Frau entgegen und die sagt, das geht ja überhaupt nicht. Der Sohn ist hier auf dem Pferd drauf und der Mann geht nebenher. Frechheit. Und irgendwann stehen beide neben dem Pferd und dann kommt jemand entgegen und sagt, schau dir mal die zwei Vollidioten an, ja, haben ein Pferd und beide gehen es irgendwie nebenher. Du kannst das keinem Recht machen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Man kann es nicht jedem recht machen. Das ist ein wichtiges Thema. Man kann es jedem recht machen. Ich glaube, jeder sollte sein Ding machen. Wenn man natürlich Reichweite hat, ist Verantwortung natürlich ein wichtiger Punkt. Aber trotzdem, ach, dein Ding. Ich glaube, das ist eine schöne Botschaft auch aus dem Podcast, weil du dein Ding machst. Dein Tun ist eine schöne Botschaft. Project 50 finde ich absolut genial. Ich finde auch dein Merch sehr, sehr ansprechend. Hätte ich dir was mitnehmen sollen. Ästhetisch finde ich sehr, sehr ansprechend. sprich mich persönlich sehr an. Ich finde, du bist ein sehr sympathischer, cooler Typ mit einer coolen Mission. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nico, cool, dass du hier warst. Danke dir, Timo. Danke, hat mich sehr gefreut. Danke ans Studio.